Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Diablöse wieder mal mit der bösen Paukerin? Böse? Böse, Diablöse? Ich dachte, das ran sie vielleicht. Damit ist das Let's Play vorbei. Ich hoffe, sie hatten viel Spaß. Nein. Okay. Ich will immer nicht so sein. Nein, du willst doch lieb sein. Ich meine natürlich, böse zu den Gegnern. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Ich muss mich irgendwie ausreden. Ja, mach das mal. Red ich mal raus. Ist immer eine gute Aktion hier. So, ich möchte sagen, ja, falls ich weg sein sollte, es liegt es nur daran, dass es hier draußen gerade das krasseste Unwetter ist, was ich seit Menschengedenkung habe. Ja. Also, es ist wirklich da gerade. Ja, ich nehme mir bei 35 Grad im Schatten auf und... Ich muss 15 ungefähr. Was, 15? Was, 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 was? 20? Hallo? Waren's bei uns also im Schatten hier 34, 35 Grad? Echt? Ja. Das sollte doch heute... Die haben doch auch... Ist nicht heute der heißeste Tag? Äh, Hitzerekord irgendwie? Nein. Das war auch so bis 14 Uhr ungefähr. Dann... Dann war... Und... Es gibt eine Unwetternahme für Deutschland, wo es hinkommt, aber es kommt es irgendwie nicht an. Und hier ist es immer noch heiß. Und so ist es weg. Schon wieder 10 Uhr abends ist. Ja, ja. Kann man auch noch nicht. Na ja, auf jeden Fall. Hoffe ich, dass ich mal wieder drei mindestens legendäre Gegenstände finde in einer Folge. Ach, ich versuche hier die ganze Zeit auf meine Garnision drauf zu kloppen. Die gehören ja zu mir. Ach, guck mal, hier die Dinger müssen wir platt machen. Ach, diese Dinger hier. Ah, ja, ja, ja. Oh, ne, das ist ja gar kein... Das ist ja gar nicht mehr neben... Das ruckelt, ne? Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Nö. Bei dir nicht? Gut. Nö, es läuft grad flüssig. Sehr schön. Ja, ja. Das furzt sich. Dann hoffe ich mal. Oh, Watt. Ich benötige mehr Zorn. Lass mir hier ein paar schöne Sachen für den Gemütze. Du bist halt so leise bei mir, weil die Monster sind einfach zu laut. Ich bin leise bei dir. Oh, jetzt geht's. Okay, ich bin jetzt auch ein bisschen... Ich war kurz weg vom... ... immer weiter weg. So, vielleicht. Deswegen. So. Ah, jetzt geht's immer weiter, du. Mhm. Vielleicht sollte ich auch mal ganz kurz hier... ...Aktionen, Sound, äh... Sound-Effekte... Ich hab auch grad... Ich hab auch grad leise gedreht. Ich hab auch das Gefühl, es war schon wieder lauter. Die, also die, die Musik lautstärke. 70. So. So ein klein bisschen den Kampf-Sound. Die betönt wirklich immer alles. Ich hab sogar... Ja, ja. Finde ich auch. Nachtschattenbeute, was ist das denn? Nachtschattenbeute. Ah, ein seltener Köcher. Könnte psychonaktiv sein, ne? Musst du vorsichtig sein. Jetzt werde ich mich beweisen. So ein Nachtschattengewechsel. Jetzt hab ich nicht bereit. Hm. Hab ich nicht, als Kind war auch nicht so viel. Nein. Was hast du gemacht als Kind? Nein. Nachtschattenbeute. Hab ich nicht. Nein. Giftig. Oh, ein Imp. Ein Imp. Was? Ein Imp. Ich hab's nicht. 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 Ich hab's nicht von jedem gemacht. Ich versuche ihn mit dem Blitze zu strafen. Der haut ab. Oh Gott. Jaja, der haut ab. Nichts da rein. Nein. Der haut nicht ab. Der haut nicht ab. Ja, schade. Nur gelbe Sachen. Naja, immerhin. Ich bin ja schon ein bisschen gar mit zufrieden. Ein gefräßiger Helm, was sich darunter wohl versteckt. Der beißt dir die Kopfabwände noch aufsetzt. Also sollte ich das lieber nicht tun. Weiß ich nicht. Ein Bogen, aber der ist nicht so gut wie meine Armbrust. Noch nicht. Wie schaut's denn aus? Das war ein kleines Stück, haben wir erst aufgedeckt. Mann, Mann, Mann. Nein! Ach. Ja, toll. Ich hab die Uhr nicht gestartet. Ich steppe. Ach so. Mhm. Warte mal. Ich schaue mal jetzt. Beziehungsweise schaue ich mal auf meine Finger. So lange kann es doch nicht sein. Nee, fünf Minuten wahrscheinlich. So lange, ja. Fünf Minuten, denke ich mal. So, wir splitten uns am besten mal ein bisschen. Machen wir das? Wollen müssen wir auch nicht. Es ist mir eigentlich egal. Uh, vielleicht auch nicht, weil ich verliere schon wieder Leben. Was machst du denn da? Also, es ist vielleicht doch ganz gut, dass man nicht höher gestellt kann. Und Schädigkeitsgrad. Ja, ich bin ja zufrieden. Ach, okay. Oder? Ja. Schlucki, nee. Boah, ist das hier los. Oh, 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 hier sind wieder, ähm... Eieieiei. Ich weiß, was ich nicht tun soll. Oh, hey. Was? Ich, äh, bin hier gerade auch im Garten. Ja, ja, du hast auch nicht tun, ich weiß. Oh, nee, es ging nicht. Es war dann wieder so eine Belagerungswaffe, die gekleppert werden muss. Was ist das denn? Ich bin irgendwo bei einem großen Tor. Ich benötige mehr Zorn. Du bist schon da, wo es weitergeht, vermutlich, oder was? Wahrscheinlich. Das Level zu verlassen. Oh, ich freue mich dann nicht. Aber ich glaube, wir müssen erst mal hier noch ein bisschen aufräumen. Das sieht ja krass aus. Was, was, was? Ich komme. Ich glaube, du bist ja eigentlich schon ganz richtig. Oh nein, warte mal, hier ist noch eine Höhle. Die möchte, oh, die Höhle des Frostes. Die muss man mitnehmen. Ja, ich komme mal zu dir. Ich kämpfe nicht zu dir zu sein. Ich erinnere mich an diesen Höhlen, Mann. Da gab es mal irgendwas. Ich bin nicht mehr. Wie wird das Frostes? Was war das denn? Ich erinnere mich wahr. Das ist schon zu viele Jahre her. Ich meine, da gab es irgendwas. Für den Irkenstab kann das sein? Ich bin nicht mehr. Let's see. Was? Gehen wir mal rein? Ja, wir gehen rein. Ich wollte nur mal gerade gucken, was das hier ist. Ach, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Das hast du noch nicht kaputt gemacht, nee. Nein, habe ich nicht. Oh, was ist das denn? Ui, ui, ui. Ui, was hast du getan? Ich, ich gar nicht. Ich habe nichts gemacht. Wen hast du denn jetzt hier hochgeschworen? Oh Mann, sie sind schmerzledig. Mein Lebensenergie. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, okay, ist gut. Jetzt geht's wieder. Das ist gleich. Das ist ein Lesersterk. Das ist das Gelbe-Tschneid. Das ist gleich platt. Boah. Das ist ein Platt. Dich. Der hätte ja auch mal was fallen lassen können, der Typ. Was hat er denn fallen lassen? Einen gelben Handschel. Na ja, super. Was, was Orangen ist. Ja, ja. Das ist ja schön. Du bist heute echt leise, mein Freund. Ich bin leise. Ja, bist du leise. Du musst mich lauter machen. Kannst du jetzt aber nicht, ne? In Discord. In Discord geht das? In Discord kann man einen auch lauter machen, ja. Na, mach ich dann zur nächsten Folge, würde ich sagen. Mhm. Es ist ja, es ist jetzt auch noch, es ist auch noch okay. Also es ist jetzt auch so. Aber ich hänge hier direkt vor dem Mikro und rede auch nicht gerade leise. Also eigentlich. Schrei mich bitte an. Da stehe ich drauf. Also alles klar. Noch nicht bereit. Nur Geduld, sagt er. Da ist ja lustig. Ich will was Orangenes haben. Ey, nun warte doch mal. Kommt gleich. Okay. Doch nicht. Wenn du das so sagst. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich da die Typen angegriffen. Mann, Mann, Mann. Ja, siehste. Ich habe es gemorien. Wir in der Höhle finden auf jeden Fall was Nettes. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr oder so. Gehörgang. Nur Geduld. Siehste, ich sage extra, der sagt schon immer nur Geduld. Der weiß genau, was sie wollen. Meile sagt das nicht. Noch nicht. Meile sagt immer nur, ich brauche mehr Hass. Das ist alles, was sie sagt. Na toll. Das passt ja. Das passt ja zu. Noch nicht bereit, ich benötige mehr Zauber. Na toll. Das war alles. Nur Geduld. Es kommt noch eine zweite Ebene. Noch nicht. Wenn sogar du dich an diese Höhe erinnern kannst, dann... Was soll denn das heißen? Bitte? Dann scheint doch hier was zu warten auf. Wenn sogar du dich daran erinnern kannst. Jetzt, hör mal. Wenn sich das nicht mal... Guck, also mit der zweiten Ebene bin ich schon mal... Liege ich schon mal richtig. Das ist richtig, aber das ist auch noch nicht sehr weit aus dem Fenster gehangen. Aber das ist alles. Alles hier. Ja, ja. Boah, das sieht krass aus Mord raus, ey. Wie so ein Blitzlichtgewitter. Du sollst dich aufs Spiel konzentrieren. Ja, sorry. Also, man erlebt nicht so viele Apokalypse in deinem Leben, ne? Guck mal, da ist eine goldene Truhe. Oh, ich hab schon wieder jemanden, der labern will. Was? Oder? War das nicht noch ein Buch? Nein. Was ist denn hier los? Ach, er ist das. Den haben wir gleich. Und? Hast du was Orangenes? Ähm, hier ist das mal Gelbe. Was? Du vielleicht nochmal nach? Ich hab aber was, wir haben jedenfalls was Gelbes gehabt. Aber wir haben auch die prächtige Truhe noch nicht aufgemacht. Oh, viel, viel Gelbes. Ähm. Du hast... Nein. Ja. Das willst du mir jetzt nicht sagen. Warte mal. Ja. Ja. Ich hab aber einen Stern auf dem Meer. Ich hab das doch im Uri. Was hab ich denn da? Was hast du denn schönes? Legendäre, legendäre Armschienen. Aha. Oh, yeah. Mal gucken. Oh, ja. Die sind so schon mal viel besser, wenn ich das schon so schaue. Meine hatten 104, die haben 135. Okay. Oh, ich hab einen schönen Ring immerhin. Dit ist doch okay. Wobei... Ähm... Wir sind ja noch nicht durch. Jetzt warte da. Was findest du? Ist ja okay, ist okay. Ich bin gar nicht... Ich freu mich für dich. Wir haben ja gerade das angefangen. Du wirst doch schon noch was Legendäres finden. Musst du mal gucken, da unten, ob da unten noch was ist. Nicht genug Zaun. Ja, die andere Seite. Ach, du bist schon weiter. Ich bin immer noch am Inventar-Checken. Ich lese. Hier ist schon wieder einer, oder? Schmeißt der was für dich an? Nein, das Gelbe. Stufe 54. Hattest du jetzt unten noch geguckt, was da noch war? In der Ecke, da war nix mehr. Unten? Also... Du meinst da ganz unten, links? Ne, nur hier so in der Ecke. Hat man die... Geht's hier weiter? Ne, geht's nicht weiter. Ach, hier liegt noch einer. Ne, okay. Pass auf. Ne, ist nicht. Ich dachte... Na ja, ich bin ja geduldig, ne? Man kennt mich als geduldigen Menschen. Ja, also ich meine, es war immerhin was Legendäres. Jetzt leider nicht für dich, aber... Ach, ich bin... Stimmt. Glauben nicht. Ist schon wieder in Ruhe. Ah. Wieder. Laut. Ich weiß auch immer was für eine Farbe eigentlich ist. Ich glaub, wieder. Ich... Ich wünsch es... Ich hätt's dir ja gewünscht. Hm. Einfach damit du dich freust. Ich hätt auch drauf verzichtet. Einfach damit du mich nicht da verhalten. Ja. Ja, ja, ja. Es ist mir sehr leid. Ist es okay, wette? Nein, es ist mir sehr leid. Es ist... Es ist... Ach, ja, bitter. Naja, immerhin habe ich... Hier so ein bisschen surround draußen mit dem Weltuntergang. Genau, rieb dir das ruhig schön. Okay. Das ist immer positiv. Ja, ja, sowieso. Das ist mein Naturell. So. Ach so. Was hast du denn hier entdeckt? Das sieht aber gut aus. Das ist richtig krass aus. Boah. Das muss man jetzt platten machen. Ich glaube, ja. Bis es dann da hinten weitergeht. Oh, ja, wenn wir uns lassen hier. Noch nicht bereit. So, du machst das schon. Ich geh mal weiter. Guck du mal schon. Ich gucke, was ich hier machen kann bei dem Ding. Nur Geduld. Oh, scho. Das ging ja schnell. Quäste Ende. Oh. Ja, dann musst du dich ja auch nicht aufregen. Quätsch. Quätsch, 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 quätsch. Dann macht eure Trauben bereit, Dämon. Denn ihr werdet sie brauchen. Genau. Komisch, wenn er die Belagungswachen nicht braucht, dass der hier überhaupt vorbeikommt und uns, mit uns spricht. Hat er sich nur mal herabgelassen zu uns, ja. Mhm. Findet den Rakis-Übergang. Den, glaube ich, nur soweit ich ihn werfen kann, den Bögen. So, was haben wir hier noch? Oh, hier sind ganz viele tote Gardisten. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Noch nicht. Aber performance-technisch scheint es bei dir heute zu laufen. Bisher hast du dich nicht beschwert. Ja, das wollte ich eigentlich, das wollte ich, äh, ja. Das wollte ich eigentlich noch mal erwähnen, dass das mittlerweile ganz gut ist gerade. Ich weiß nicht, woran es liegt tatsächlich. Ich habe den Computer noch mal neu gestartet. Und was nimmst du jetzt auf? Immer noch mit Fraps. Jetzt wieder mit Fraps, okay. Ja, gut, das ist, das verbraucht immer noch mit am wenigsten Ressourcen, das ist ja so gut wie gar nicht komprimiert. Hm. Braucht halt nur viel Platz. Das stimmt, ich habe es aber auch. Vielleicht liegt es auch daran, ich habe jetzt ein bisschen die Festplatte mal aufgeräumt. Das kann natürlich auch sein. Ja. So, ich quatsche mal an den Typen, bevor wir hier erschlagen werden. Ich konnte dir eher untätig zusehen, während ihr euch Asmodan stellt. Viel Zeit ist vergangen, seit ich zuletzt den Nervenkitzel des Kampfes gespürt habe. Die Zerstörung meiner Belagerungswaffen ist unerheblich. Er wiederholt sich. Mit jeder Stunde ströden die von meiner Streitkräfte aus dem Hörnenschlund. Schon bald werden sie eure armen, selige Bastion, den Erdboden gleich machen. Bla, was, äh. Mutige Worte, Asmodan. Genau. Aber Worte sind das einzige, was ihr uns noch entgegenschleudern könnt. Vorwärts. Jetzt treiben wir Asmodans Armee zurück in den verfluchten Krater. Ja. Dann sollten wir zusammen kämpfen. Spächerpunkt. Vorwärts sagt er, total euphorisch. Es ist ja, was eine Synchronstimme. Vorwärts. Das war jetzt nicht so sonderlich ermutigend, den sein Vorwärts. Noch nicht bereit. Wo gehst du da hin? Treppe hoch? Ich weiß nicht, ich guck mir, ich guck mir oben einfach mal so ein bisschen rum. Ich bin tatsächlich nicht so spannend. Er kämpft tatsächlich mal mit. Das nett. Er labert nicht nur. So, guck mal hier. Hier liegt auch einer rum. Es gibt's ja nix. Eine blutige Helix gab's hier für uns. Weißt du was? Oho. Oh, ein Bogen, aber ich glaube nicht besser als der. Ich benötige mehr Zorn. Gut. Oh. Doch nicht. Oho. Was ist denn das? Krass. Oh, krass. Boah, ich wurde gerade schon an der Mücke tagiert, ey. Bitte? Ich wurde angegriffen schon an der Mücke. In real life. Oh, oh. Hält sich. Es war ungefähr so wie hier gerade. Noch nicht. Da kann ich ja gar nicht drauf. Auch Mücken? Ja, ich hasse diese Viecher. Ich habe das vorhin ins Problem. Ich habe gemerkt, dass die Sticht das Ding so richtig gut ist. Oh, oh Gott. Oh Gott, diese scheiß Viecher. Ich hasse, wenn die um einen rumfliegen und summen, dann kann ich, da komme ich, dann muss ich, wenn ich im Bett liege und ich für eine Mücke, dann muss ich erst mal Licht anmachen und die so lange suchen, wie sie sie hat. Ja, bis sie tot ist, genau. Sonst kriege ich die Krise. Wenn die wenigst, wenn die wenigst ihre Schnauze halten würden und einfach nur zustechen oder sich unbemerkt, dann wäre mir das ja egal. Aber wenn ich das mitkriege, dann geht das ja immer gar nicht. Nee. Aber das habe ich tatsächlich erst durch das Stechen gemerkt, weil hören gehört habe ich es nicht. Durch das Komponente. Dieses kleine Mistvieh. Aber es ist tot. Es ist eine ewige Jagdgründe. Also ich glaube, wir sind jetzt theoretisch bei 20 Minuten. Jo, dann messen wir die nochmal schnell weg hier. Stube sind 50. Boah, es kommt bei mir alles. Alter, was ist denn hier los? Okay. Oh Gott. Hä? Was ist denn hier los? 59. Dann sind da hier auch noch diese Hexendoktoren. Oder wie die heißen, keine Ahnung. Ja. 63, so. Okay. Ja. Krass. Na dann, würde ich sagen, machen wir an der Stelle kurze Pause. Genau. Und, äh, oh. Hier sind noch welche. Nicht zu fassen hier. Und sehen wir uns gleich wieder. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi. Kowski.